Hi Fans, hier ist Lukas Wank und das sind meine 24 Sekunden. Mein Lieblingsessen ist Omas Gurkensalat. Also bei mir ist es sehr verschieden vor dem Spiel, aber ich höre viel Podcast. Ich hätte es sehr interessant gefunden, bei der Wende dabei gewesen zu sein. Also ich weiß nicht, ob das verstecktes Talent ist, aber ich male sehr gerne. Ich wäre am liebsten mal mit Karl Lagerfeld essen gegangen. Mein schönster Urlaub war letztes Jahr auf Sardinien mit meiner Freundin. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.